Her und Willkommen zu einer Runde World of Guns, bewertet in dem Part, viel Spaß! Das Ding wurde mir gerade bei Steam angezeigt und beinhaltet 190 Modelle, also Waffenmodelle, die insgesamt 23.000 Teile haben. Und Ziel des Spiels, beziehungsweise Inhalt des Spiels ist es eigentlich die ganzen Dinger zu zerlegen und wieder zusammenzubauen, was ich aber gar nicht so schlecht finde, weil man kann sich auch so eine Waffe, sag ich mal, mal genauer angucken, mal in Zeitlupe angucken, wie so ein Teil überhaupt funktioniert. Also für Leute, die sich dafür interessieren, eigentlich ganz cool und ich zeige euch jetzt mal die MP5. Habe ich bisher noch nicht auseinandergenommen, hört sich so voll an, als ob ich jeden Tag Waffen auseinanderbaue. Ich habe gerade mal zwei Handvoll Waffen genommen und zerlegen und das Ganze ist auch so gemacht, dass man für das Zerlegen und für die Aufgaben, die man bei jeder Waffe hat, Erfahrungspunkte kriegt und mit den Erfahrungspunkten kann man quasi neue Waffen zerlegen und am Anfang zeigt man einfach nur so die Standardzerlegung. Ich glaube, das, was man bei Waffenfeld macht, also wenn der Mann sagt so, macht mal eure Waffe sauber, das machen wir jetzt. So, am Anfang noch relativ easy, weil da überall die Pfeile dran sind, aber nachher wird es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Mein Gott, das sind aber, wie viele Teile sind denn da drin? Ja, guck mal, schon fertig, zwölf Teile. Feldmäßiges Zerlegen war das jetzt. Ja, hier ist der Zusammenbau wiederum nicht so schwer, man klickt einfach nur die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder an. So, dann kommt die Feder da rein und dann kommt dieses Gerät da rein. Ich weiß, ich kenne die Spezialausdrücke nicht, ob Schlitten oder irgendwas anderes, keine Ahnung, interessiert mich in dem Sinne jetzt auch nicht so viel. Warte, wo ist der Bolzen? Da ist der Bolzen. Natürlich geil, wenn alles schwarz ist und alles voreinander liegt. Und das Magazin noch rein. So, MP5 zusammengebaut. Jetzt gibt es Erfahrungspunkte. Genau, was ich mega interessant finde, auch gerade, wenn man solche Shooter immer spielt, wie funktionieren die Waffen? Das kann man sich hier angucken. Oben links ist eine Liste, wo meine Kamera gerade drüber ist. So, Einzelfeuer. Dann haben wir noch hier, ich glaube, das ist Dauerfeuer. Genau, und das ist... Ah, nee, kann ich nur... Entladen, kann ich hier machen? Nee, warte, entladen, lass mal draußen. Ach, leerfeuern soll ich noch machen? Warte, wie viel ist denn da drin? Ah, da oben rechts. Sonst hat man keine Anzeige an Waffen, ne? Wie viel da noch drin ist? Entladen. Ah, mit dem Schlitten zurück. Da haben wir sie entladen. So, Magazin. Ah, jetzt kann man hier unten sehen, gerade Schussautomatisch. Jetzt kann ich noch einen Laser, wie ich sie drauf machen. Ah, der drunter. Oh, so wird das da dran gebaut. Krass. Dann wieder ab. Flashlight dran. Ah, die kommt auch da dran. Okay, so, warte. Fixed Dock. Ach so, da kommt jetzt ein anderer Griff dran. Ah, das ist eine To-Go-Variante. Eine MP5 To-Go, bitte. Aber das ist ja das Krasse. Ich war ja mal in Las Vegas und da hatten wir echt so ein riesiges Waffengeschäft, wo man einfach reingehen konnte und sowas holen konnte. War schon krass. Oh, das sind ich mal ein Scope. Okay, Scope wieder weg. Genau, das ist vorne der Schalldämpfer. Der ist aber lang. Ach so, ausgefahren. Und Magazin. Ach, ein anderes Magazin. Was ist denn da jetzt für ein Magazin drin? Einfach nur ein Grades. So, Safety. Man kann auch irgendwo auch noch einstellen, dass die Waffe hier bestimmt, ne? Ne. Wo kann ich denn die Waffe sichern? Dann lade ich die ganze Zeit. Alles cool. Hallo? Bestimmt hier auf das Esser. Wie komme ich da hin? Ah, hier, warte. Ah, jetzt ist sie gesichert. Jetzt kann man auch nicht mehr drücken, ne? Ne, genau. Dann haben wir noch die Röntgensicht. Die ist auch ganz geil. Achte mal drauf. Die Röntgensicht. Da sieht man genau, wie die Kugeln da drin sitzen. Das finde ich super cool gemacht. Und dann kann man schießen. Sieht man noch nicht so viel, aber man kann das Ganze auch in Zeitlupe machen. 50-fache Zeitlupe. Achtung. Trotzdem sehr schnell. Guck mal, da ist ein kleiner Hebel, der die nach oben schleudert. Krass. Und die andere wird direkt nachgeschoben. Krass. Warte, nur einmal. Komm. Okay, die ist immer sehr schnell weg. Wahrscheinlich ist die so schnell weg, dass man 50-fache Zeitlupe trotzdem nichts sieht. Deaktiviert. Röntgensicht ein- und ausschalten. Einschnitte aus- und einschalten. Ach lol, man hat mehrere. Ah. Errungenschaft freigeschaltet Bediener. Okay, jetzt wird die Waffe zerlegt. Aber komplett. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Teile das sind. Oh, ich sehe gerade oben. 70 Teile. Da kommt jetzt alles raus. Und man sieht eigentlich, wie die dann komplett auseinandergebaut wird. Wird das super krass. Und wie viele Teile generell das sind. Also klar, 70 steht er. Aber trotzdem. Komm, den kann ich doch bestimmt auch noch zerlegen, oder? Mein Gott. Splinter raus. Den Würfel da raus. Oh, und es gibt sogar noch einen Modus. Den habe ich jetzt einmal geschafft bei so einer ganz Pipi-Pistole. Da muss man alle Teile zerlegen und wieder zusammenbauen, ohne dass man einen Fehler macht. Also man darf nicht irgendein anderes Teil auf einmal anklicken. Weil wenn man das macht, hat man sofort wieder... Also da hat man sofort verloren. Habe ich ein paar Mal gebraucht. Obwohl da nur ein paar Teile drin waren. Okay, das waren viele Teile. Und selbst da ist der Modus noch schwieriger. Weil hier leuchtet ja eigentlich alles, was man jetzt als nächstes anfassen soll. Und das ist da in dem Modus eigentlich gar nicht. Also da muss man dann wissen, worauf man klickt. Wird auch nichts gehighlighted. Gar nichts. Komm raus. So. Ey, krass. Ich muss mir gerade so vorstellen, wenn man einen 3D-Drucker hat. Kann man sich dann die Teile einfach basteln? Man hat ja jetzt eine Anleitung, ne? Auch sehr gefährliches Spiel, deswegen. Äh. Okay, das ist sehr kompliziert. Vielleicht würde ich mir nicht unbedingt die Waffe bauen. Guck mal. Aber gut, das ist halt die Steuerung, ne? Für automatisch, gesichert oder Einzelschuss. Boah, da sind ja noch mehr Teile drin. Wahnsinn, warte. Hier noch. Kann man ja mal machen, ne? Man kann ja mal so eine Waffe zerlegen. Hat man ja noch nie gemacht. Ich war ja nicht bei der Bundeswehr. Äh. Hab ja schön gemütlich Zivildienst gemacht, weil ich sowas gar nicht machen wollte. Jetzt mach ich's trotzdem, aber virtuell. Das ist okay. So, warte, wo haben wir denn noch was? Hier haben wir noch was. Wie viele Teile da rauskommen? Alter. Habe ich jetzt nicht alle fertig? Ah, nein, da oben noch. Hier, guck mal. Der Schlitten muss noch raus. Komplett zerlegt. Okay, ich hab die komplett zerlegt. Ich zeig euch mal jetzt, was ich gerade gemeint habe. Jetzt wäre der Modus Zusammenbau. Dann kommt Spiel, Superspiel und Hardcore kommt noch. Und, äh, ich zeig euch mal eben die andere Waffe. Okay, wir zerlegen jetzt mal ein Hardcore. Also man kann, sobald ich einen Fehler mache, fliege ich raus. Das ist natürlich eine Waffe, die nicht so viele Teile hat. Zum Glück. Und bei Hardcore-Modus kann man eigentlich mehrere Teile anklicken, die unabhängig voneinander sind. Dann machen wir das doch mal, ne? Aber, ne, lieber nicht. Sarte. So, dann kommen die beiden Dinger hier raus. Dann der Bolzen noch. Der Bolzen noch. Das Gerät hier. Die heißen bei mir alle gleich die Sachen. Das kommt noch raus. Rad. Genau, hier muss der Bolzen raus. Dann kann das ab. Und komplett zerlegt die Remington. Und jetzt muss man das Ganze wieder zusammenbauen. Aber auch so in der Reihenfolge, dass es passt. Wie gesagt, ein Fehler und man ist sofort wieder draußen. So, da habe ich mich meistens mal vertan, weil erstmal muss der Hebel hier rein. Dann kommt das Ding da rein. Und dann können die Sachen rein. Schraube. Genau, die beiden Bügel. Beine Schrauben. Deckel drauf. Anderer Deckel drauf. Schraube rein. Dann das Ding dran. Die Schraube rein. Und... Die Läufe drauf. Hardcore-Spiel abgeschlossen. Eine Minute 21. Das gibt auch immer ein paar Erfahrungspunkte. Und mein Platz ist jetzt auf... Habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall steigt man noch mehr am Platz, weil da gibt es auch irgendwelche Competitions. Wer das am schnellsten kann. Ist krass auf jeden Fall. Haben noch mal einen hinterhergelegt. Bin jetzt ein bisschen schneller gewesen. Und man kann in dem Modus doch falsche Waffenteile anklicken. Da habe ich jetzt falsch informiert. Das war nämlich das Superspiel, wo man das nicht durfte. So. Lol, es gibt sogar Spezialmissionen. Ah lol, treten Sie an offizielle Spielegruppe bei. Haben Sie fünf Freunde, die das Spiel auf Steam haben? Abonnieren Sie Nachrichten? Nee, komm. Nee, einen Booster will ich nicht. Okay, Nachteil finde ich ein bisschen diese fummelige Oberfläche. Ich meine, gut, das Spiel ist kostenlos. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass man die Waffen zerlegen kann. Und man sieht, wie die Dinger funktionieren. Da sind auch noch ganz andere Waffen drin. Also wir haben jetzt wirklich nicht nur die Angangswaffen gehabt. Hier sind auch die Fortnite-Waffen zum Beispiel drin. Und Desert Eagle, also die Standard-Waffen, die man so halt aus anderen Spielen kennt. Und, äh, warte, vielleicht finde ich noch eine. Hier so eine P90, die hatte der Dramlets Play letztes Mal in dem Pavlov VR-Game, was auf seinem Kanal lief. Ähm, ja, und noch so ein paar andere Dinger hier auf jeden Fall. Ich finde es dennoch sehr interessant für jemanden, der gerade Waffen interessiert ist, beziehungsweise wer gerade Ego-Shooter spielt und mal ein bisschen mehr über die Dinger kennenlernen möchte, die er da in der Hand hat. Ansonsten bewerte den Part und wir sehen uns im nächsten Game wieder. Haut rein, tschüss!